herzlich willkommen bei der weiteren folge bei den kreis auf der beruf lasse oder plus oder zusatzmaterial wie man es gerne möchte ich habe ich habe den auch gar nicht gewissen der win streak ist minus 20 und cool aber okay ich würde einfach mal sagen eine geile runde warum krieg ich immer solche räume warum was habe ich euch getan die kleinen bastarde das ist so das ewig ja baby schießt schießt es an na komm, na komm mein kleiner, na komm, schön, ja, schön, komm, komm her, komm her hier sind die arena, hier lebt noch, was ist da oben schöne scheiße hier passt oh nein, ich bin so behindert cool hi reich, das mag ich oh, ich kotze schon ein bisschen hart und wie geht es euch so, habt ihr was schönes erlebt heute oh, das ist an nice die heb schon mal auf oh nein, Bomben spin was ist dein ernst ich will nein 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 geht kaputt geht kaputt und nicht im Gesicht Oh nein, der Hund. Was ist denn ernst? Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ja, gut. Cool, das ist wie ein Andertaler. Hat die jetzt Schiss von mir? Die Bombe wäre geil. Gib mir die Bombe. Bitch. Was? Scheiße. Oh nein, ich bin kein behindert. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Alter. Das ist der größte Niveau. Oh, was ist ja. Warte, guck. Das hat sich gerade erledigt. Da, 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 da. Dann habe ich. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Zeig, gut. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Wie. Und für ihr. Und mein Gerücht. Wie. Ich werde jetzt das Geräusch machen, das ist ja irgendwie ein Geheimraum oder so, kann das sein? Ich irritiere das schon. Warte mal. Ach, die Lust. Cool. Oh, das ist mal rock. Warte. Jetzt wird, Alter, jetzt wird was hier. Jetzt hält der vorbei, wo schon geschubst wurde. Das ist halbwegs. Damage mal zwei, Bitch. Friss. Friss ein Stück Scheiße. Alter, das ist ein Damage. Leck mich am Arsch. Ja, noch einen. Noch ein Bekleider. Nice. So. So, merke ich das. So, mein kleiner Freund. Hallo. Oh, das ist so geil. Oh, das ist so mega. Das ist ein übelst gutes Damage-Up. Äh, Power-Up. Fotze. Oh, das gehst du jetzt mal schön auf die Nisse, oder? Ja, da gehst du jetzt mal. Ja, da gehst du jetzt mal. So, dann haben wir platt gemacht. Oh, das ist gut. Das ist gut. Gut reagiert, würde ich jetzt mal sagen. Ich könnte hier hinter... ganz gut ausweichen gegen die Dickdass. So, und ich bin das ja auch kein Problem. Gut, hab ich. sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Yay. Gib mal noch mehr nutzlose Items. Das ist cool. Okay. Eine Bombe wäre cool. Ja, Schlüsse wären natürlich auch geil. Du spawnst Scheiße, mein Freund. Du stirbst in der Hölle. Ah, du musst das Pilz regeln. Nun kommen wir, der kleine Racker. Ich habe echt die Vermutung, dass das so ist, aber ich habe keine Bombe, um das zu kontrollieren. Ob das jetzt wirklich so ist. Alter. Das ist ja total krank. Aber auch irgendwie interessant. Und niedlich. Warte mal, schlägt das mal ab. Das stört mich komplett. So. Ist zwar nice auf der einen Seite, aber das bringt mich halt komplett raus. Hallo, Boss. Oh, der gute alte Pip. Help him. So. 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 Die Schlüsse kannst du ja sonst würden stecken. Oh, was wird hinter Tour Nummer 1 stecken? Das werden wir jetzt herausfinden. Tour Nummer 1. Oh, cool. Und dann Tour Nummer 2. Oh, Gegner. Und cool. Verreckender Hölle. Jetzt stirb. Stirb, 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 stirb. Und Tour Nummer 3. Ja, das ist jetzt nicht so die Ausbeute, die ich eigentlich angestrebt habe. Aber okay. Die Spritze kannst du ja sonst würden stecken. Ach du Scheiße. Nein, ich komme nicht mehr raus. Ey, wer baut denn so eine Scheiße ein? Ich komme nicht mehr raus. Ich komme nicht mehr raus. Oh, ich kann nichts machen. Was ist denn das? Alter, ich habe viel Herzen gekriegt. Und jetzt habe ich keins davon mehr. Schwach Maden, ey. Was ist denn das? Ich verpiss mich mal, ich verpiss mich mal, oh scheiße, ich mach doch mal die Kleen platt. Die müssen noch one hit sind, oder? Die sind noch one hit. Nee, die sind two hit. Oh, das geht mir schon wieder auf den Sack. So, dann haben wir die, jetzt wird nur noch der Große hier, eine kleine Racker. Natürlich habe ich Lidlisivion, wo die Schlüssel, wenn es ein bisschen gelingt sind. Okay, ich schieße ab und zu den Zahn, nice. Schade, hätte ich gleich klappen können. Okay, jetzt könnte ich ihn. Yeah, na gut, für den Schlüssel, wow, kann man, kann man mal mitmachen. Ich habe doch keinen, nein, nein. Scheiße, ich habe logisch ein kleines Problem. Ich werde wieder sterben. Oh, ist doch kotze. Ich habe schon über den Herzen, ich habe doch hier. Da lebt er noch, scheiße. Die Penetration könnte der nicht mehr aushalten. Oh, ich muss mich nicht mehr bewegen, ey. Gibt es doch nicht, ich muss doch, warte mal, wir machen das jetzt einfach so hier. Nein, fuck. Lass mich doch mal mit einem guten Item starten. Nein. Guten Item, bitte. Einen guten Item. Komm, Leute. Ich bin jetzt mal. Näää Näää Alter Du Wissert Was haben wir denn hier? Ja Komm Dann wird arbeiten Dann tun wir jetzt bitte arbeiten Hm Jaa Komm dann wird arbeiten Scheiße Uiuiuiui Das war aber knapp du Nice Hm Ich bin paralysiert Geil Nice Okay dann ist der Shop Da wollen wir nicht rein Du den Hammer Der hat ne Monster Krieg mal hoch Komm her du kleiner Sprunghafter Freund Na los Zeig was du kannst Naja spring dich in meine Richtung Kleines Dort Dort hab ich gesagt Dort Dort Uiuiui Ich bin ja richtig random Das ist ja der Wahnsinn Oh Was muss man jetzt machen Wir gehen in den Shop rein Wir können jetzt zwar nicht kaufen Aber wir können umsonst rein Hm Ich hätte ne Bombe Damit könnte ich mir was holen Ich mach das mal speziell Jaa Der Flat Penny Geil Na Scheiß Nein Ich wollte nicht Fick dich das Knie Äh Ich krieg mal noch ein blaues Herz holen Schon ein blaues Herz Geil Flat Penny Immer wenn ich ne Münze kriege kannst Dann dass ich ne Schlüssel krieg Geil Oh nein ich hab ein Problem Na Ah Okay doch nicht Da hab ich so ein großes Problem So hab ich Hab ich Hab ich Hab ich Geil So 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 Er hat sich mal noch nicht mal ausgehalten Er ist einfach geblasht Ich bin fast ins Feuer eingelaufen Ganz knapp Ganz knapp Geil So mag ich das Also ich würd sagen Der Schlüsselvorrat ist schonmal gesichert Sofern ich Schlüssel äh Münzen krieg Geil Die Bombe holt Wär geil Die hol ich mir jetzt im Shop Ich hoffe es hat noch eine Bombe Na Danke Da oben ist ein Tintedruck Den hätte ich gern Kostet der Globo nur 5 Ja Ja Mit So Das wurde den Tintedruck kaputt Das ist hier oben Ach du Scheiße Okay 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 Der Run entwickelt sich relativ gut Würde ich jetzt mal sagen Spontan Los sterben Jetzt gefällt mir der Run relativ gut Wurde lange Larry Hier frisst Fuck Was hab ich mir da schon wieder angetan Yeah Na Na Larry Geil Rage und Shots wieder Geil Einfach nur geil Puh Okay Im ersten Geburtstag hat auch kein The Devil Deal So Oh hallo Na aber das war tight meine Freunde Das war tight Das war tight So Zack Zack Nice Geil rasiert Ah Tod Tod und Vergeltung Tod und Vergeltung Mh So schön die Poopies platt machen Ja Gib mir die Münzen Ja Ja Mh Flat Penny Mega geile Seite Trinket Ja Ich hab die schon gesehen du kleines Pupi Kleines Pupi du Danke So Muss ich die Werte weg von dir kaputt machen Jetzt mach bumm Nein Das glaube ich nicht Gold brauchen wir Nice Scheiße Ich bin am Arsch Ah die sind Spastiker ey Wut Ja Hehe Dissern hier sta grad Hehehe habe ich noch ein paar räume und das problem ist ich würde schon gerne hochzüchten das andere problem ist der frisst mir meine münzen weg für mein fleck penny das sind ja weiter das sind ja drecksfässer das ich kann hochgehen doch komplett wieder ja frisst 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 du stück schief 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 ich bin ich gerade überlegen ich habe dann nur noch andere ich hatte nur ein halbes herz herzen rumliegen ne habe ich nicht scheiße ich kann mal die batterie holen jesus christ ach du heilige scheiße heiliger nicknack ich bin so behindert du hast schon fünf müssen gefressen du bist einfach nicht groß das stimmt mich traurig scheiße äh du bist du von den scheiß dinge das ist ja der wahnsinn du bist trotzdem stecken kotz der moment wenn du nicht richtig weißt was die gegner machen ich bräuchte ein item was herzen spawnt dass man da kommt und bitte den action ist oder kommen kann da muss man so alter angriff alter du fetter angriff mal Jetzt gucken wir mal. Das ist nicht so schlimm. Zeig mal. Nein! Scheiße! Oh, ich brauch doch nur Herzen. Cool, die haben grüne Köpfe. Oh, es gibt mir schon einen Bedarfenssack, dass ich eine Richtung ziehen kann. Hochkonzentriert wie immer. Hochkonzentriert wie je und je. Was sterben kann von dir aus? King Bitch. Das ist komplett ganz anderes, wenn man hier so ein komisches fliegendes Ding sich rumträgt, was dann fernschießt. Man kann das noch ersteuern, wie der irgendwo ein paar Sekunden, also ein paar Nanosekunden mitzieht. Ich brauch ja... Okay, das haben wir. Gut, das haben wir. Das haben wir. Mein Freund. Warte, der schluckt. Der schluckt, mein Freund. Das ist ein deutscher Kornfeinds denn. Na, da hat er wieder Skil bewiesen. Gute Samenkampik hat sie hier. Da kann die Schilder mit üben. Das ist nur befliegen. Ne. Scheiße. Scheiße, was wäre klüger. Was wäre klüger. Was wäre klüger. Ich glaube, mit denen kann ich... Mit denen kann ich ja nur fliegen spawnen. Das würde mir ja nicht bringen. Ich bräuchere mein Item. Mit denen könnte ich, wenn er aufgeladen ist, glaube ich, Herzens spawnen, wenn ich die Gegner treffe, beziehungsweise töte. Und... Bei dir... will ich jetzt gar nicht. Kann ich da fliegen? Ich glaube nicht. Ich habe mich einfach selber getötet. Ich bin so ein Vollidiot. Ja, gut. Ich würde einfach mal sagen, das war... Bein Hänger auf Isaac. Auf der Birth. Mit Samenkampik hat sie meine Wendigkeit. In dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Gerade rein, Leute. Der macht sich sehr froh. Also bis zum nächsten Mal. Yay. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.